Blöd, das Quiz, das niemand lösen kann! Und diesmal müssen Sie einen Gegenstand erraten. Einen Gegenstand, den Sie jeden Tag in der Hand haben. Einen Gegenstand, den Sie während meiner Sendung definitiv nicht brauchen. Und los geht's! Herr Ober, hallo, Herr Ober, wir würden gerne was bestellen. Hallo, hallo! Was? Was ist denn? Wir würden gerne etwas bestellen. Was? Bestellen! Wir würden gerne etwas bestellen! Ja, was? Einen Cappuccino und drei Kaffee! Drei Kaffee und was? Cappuccino! Einen Cappuccino und drei Kaffee! Einen Cappuccino und drei Kaffee! Kommt sofort! Sie haben es erraten? Die Lösung lautet Fernbedienung. Fernbedienung! Die haben so geschwirrt, weil die Bedienung so weit weg war! Also, Fernbedienung! Ich hab's nicht verstanden! Gut, das sind so begrüßt. Aber gut! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!